Das ist der Alem, den nach zwei Jahren den anruft und sagt, warum streamst du mit denen, ich häng nicht mehr mit dir oder was hat er gesagt, ich stream nicht mehr mit dir? Ne, ja warte mal, er sagt, wisst ihr warum ich nicht mehr mit Mais abhänge? Weil er meint zu mir, warum streamst du mit denen, das passt doch zeitlich gar nicht. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Bruder, dieser Mensch lügt einfach. Lass mich jetzt nicht hier den ganzen Twitch sperren lassen, meinen Instagram sperren lassen, lass mich jetzt hier kein Pass aufmachen, dieser Mensch lügt. Er geht, guck mal, während ich hier sitze und Gäste habe und probiere Content zu beirren, und meinen Leuten Lisa, aber anstatt ich mich darüber freue, muss ich ihm zuhören, wie er dahin geht und lügt und sagt, hm, zeitlich passt das doch gar nicht. Ja, okay, aber guck mal, ich weiß, ich lass mich triggern, ja, ich lass mich triggern. Weißt du warum? Ich habe ein ehrliches Herz, Bruder, ich bin keine abgewichste Sau, Bruder. Die Leute sind alle abgewichst. Die sagen, ja, die lügen, aber egal, ich mache jetzt was, ob mich das nicht stört, aber die schlafen alle mit schwarzem und schwerem Herz, Bruder. Mein Herz liegt auf der Zunge und dieser... Ist ein Lügner, Bruder. Ist ein Lügner, Bruder. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil dieser Junge gerade alles tut, und Leute an sich zu binden, Geld zu verdienen und die Wahrheit zu verdienen. Meinten die Leute nicht mehr? Nein, wissen Sie nicht. Wissen Sie nicht, weil ich bin ja immer der Manuel rastet aus und Manuel dreht durch. Und er ist der... Das passt doch gar nicht. Und der sophisticated. Weißt du, wie meine Kräfte? Bruder, lass mich den jetzt gleich nicht beherdigen, Bruder. Wir machen es heute nicht. Nein, nein, guck mal, weißt du, was ich mache? Ich mache meinen Stream jetzt fertig. Wir reagieren jetzt auf die Leute und wenn ich den heute Abend nicht beerdige, ich heiße nicht Manuel. Ich heiße nicht Manuel, wenn ich den heute Abend nicht beerdige. Nizar! Guck mal, Nizar! Entschuldigung, Jungs, eine Sekunde. Ich spiele jetzt gerade auf Feier, Alter. Egal, Nizar! Im normalen, Bruder. Ja, der soll mal kurz kommen, der soll mal kurz kommen. Guck mal, Bruder, aber was die hier schreiben, zum Beispiel bei dem rein, die wollen ja nur, dass diese Reaktion von dir sehr... Ja, ist kein Problem, aber ne, guck mal, scheiße auf die, was die schreiben, das Ding ist, was er sagt. Das Ding ist, was er sagt. Nizar! Wer dich anruft, wer... Leg auf! Wer dich anruft, ne, ich rede mit keinem, es gibt nichts mehr zu reden. Keiner soll anrufen. Keiner soll dich anrufen, keiner soll Baus anrufen, keiner soll meinen Vater anrufen, keiner soll... Es soll niemanden anrufen. Keiner soll niemanden anrufen. Wir reden mit niemanden mehr. Wir reden mit niemanden mehr. Wer was will, soll nach Müllern kommen. Wer was will, soll nach Müllern kommen. Wir klären das heute Abend. Reden mit niemanden mehr. Block alle, blockieren alle, es gibt nichts mehr zu reden. Heute Abend, heute Abend, ich werde, ich lasse das Ruhrgebiet brennen heute Abend, sagt das jeder und ich gebe bei niemanden anrufen. Wer was will, soll nach Müllern kommen. Genau so. Hier offiziell auf Stream. Wer was will, soll nach Müllern kommen. Ey, die vielen Kinder, ey, die vielen Kinder. Mach weg das Telefon, red mit niemanden mehr. Block den, ich schau auf meine Mutter. Genau so. So, jetzt ist gut. Lasst ihn reden. Lasst ihn reden, schreibt, schreibt dir weiter, schreibt dir weiter, dies, das, ähm, äh, ja, der macht gerade so, der macht gerade so. Macht heute Abend, werden wir sehen. Lasst mich nur in mein Instagram kommen. Warte, habibi, warte. 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 Warte.